Hallo, Sportfreunde und ein herzliches Willkommen zurück zu Let's Play Rocket League mit dem Benni, dem alten Hauding. Hallöchen! Hallöchen! Und dem Sergeant Rumpel, der ist auch dabei und das beste Team der Welt sozusagen. Wir haben immer noch nicht unseren Namen festgelegt, weil, ey, warum nicht, Rumpel? Ist immer noch eine Session, ne? Genau, ist immer noch die gleiche Session, aber ich bin immer noch für die drei von der Flanke. Die drei von der Flanke, ja, was wir nicht alle schon für Namen hatten. Sehr geile Vorschläge. Vielen Dank nochmal an die Community für dieses ganze Feedback immer. Ja, und ihr habt auch viel Spaß an dem Game, haben wir auf jeden Fall viel darüber gelesen und wir haben natürlich auch viel Spaß an dem Game. Und jetzt geht's auch schon direkt ins nächste Match hier. Genau, rapzapp. Wir spielen wieder online, einfach Online-Match gegen irgendwelche Leute, die auch online zocken. Ja, zu dritt als Team. Wir trainieren fleißig weiter, damit wir uns irgendwann gegen echte YouTuber behaupten können. Aber es macht ja auch voll Spaß. Also wenn ihr mit uns zocken wollt, müsst ihr Glück haben, leider. Wir haben da keine speziellen Zeiten. Wir zocken immer einfach so, wenn wir gerade denken, jetzt ist es geil. Oh, der kommt gut, der kommt Traum. Komm, Benni. Abgewehrt, leider. Nein. Ah, shit. Oh, voll der Brawl hier. Alle drauf. Nein, ja. Jawoll. Ich habe den Gegner gerammt, um damit den Ball in das Tor reinzukriegen. Hier, guck dir das an. Bamm, geht das Ball, Tor. Geil. Der Tor des Monats, Alter. So, 1 zu 0. Und weiter geht die Reise. Ich bleib mal hinten. Boah, der war schnell. Ihr müsst immer, der, der ganz hinten, der beide sehen kann, der muss immer hinten bleiben. Alle anderen müssen fahren, im Endeffekt. Sonst kann es gefährlich werden. Der Auto ist auch ein bisschen umgezogen. Ein bisschen... Boah, Alter, wie die alle vorbeiflachen. Boah. Ne. Die sind aggressiv, auf jeden Fall, die Gegner, dieses Mal. Einen Agro. Die haben echt einen, äh, einen Agro-Kick, einen Klein. Einen Agro-Kick, einen Klein. Oh, nein. Ich dachte, du fisst den irgendwie. Aber ich habe den auch verbuzzelt. Nein! Nein! Na, der Benni ist da. Alles safe. Dann kann ich mich immer auf den Benni verlassen. Wenn ich gerade keinen Lack habe. Ja, das stimmt. Geh, Benni, hoch raus. Oh. Boah, der war aber gut gemacht. Ja. Die sind gar nicht mal schlecht. Aber doch vorbei. Ja, ja. Na, die sind auch so ein bisschen zu sehr auf... Boah. Das war der Rumpel, der mich hier. Ja, ja. Entschuldigung. Ich dachte, ich kriege keinen Ball da. Aber das ist eine unverschämte Aktion. Dön, Benni. Was für eine unverschämte Aktion. So, ich hau den jetzt mal raus hier. Oh, da kam der Saar. Wir kommen hier mit. Oh. Nein. Boah. Scheiße. Aber die sind echt am Start. Die sind echt gut. In dem muss man sich erst mal behaupten, wieder. Was macht ihr da? Haut den Ball jetzt da vorne. Wir spielen Basketball. Ja, sonst. Wir machen ein paar Tricks. Weißt, wir wollen ja auch schön, schön Auto-Fußball spielen. Nein. So hoch kommt man nicht. Oh, ein Enzo fliegt auch vorbei. Ich nehme mir die Liga mal weg. So, da fliegt er nach draußen. Und nochmal. Nein. Nein, das dachte ich, du nimmst ihm. Und dann hat er mir extra nicht gehüpft. Weil ich schon gespeedet habe. Sorry. Ja, wir sind beide, haben wir jetzt Rücksicht genommen. Das ist sehr ungewöhnlich für uns. Aber... Da kommt er. Man sieht, das bringt auch nichts. Nee. Rauchen den Ball. Der ist schon Robi. Naja. Der war nicht so... Ich bin nicht so richtig viel... Ich hab den weggecheckt. Oh, der ging nur hoch. Wie der da... Alter, du hast mich weggenatzt. Alle springen vorbei, ey. Mit dem Pfeilrückzieher muss ich auch üben. Ja, der ist echt da. Ah, Mann, Tacke. Nein! Oh, ich hab keinen Nitro gehabt. Ey, Mozart. Ey, Mozart. Bin ja auch nicht schlecht. Ja, Mann, wir müssen mehr Tore machen. Ja, das stimmt wohl. Ja, das war irgendwie gar nichts. Aber die sind doch nicht schlecht. Ich bin Anfänger. Ich bin auch Anfänger. Steht bei mir neben dem Titel. So, ich muss fahren. Ihr seid die Semiprofis. Ihr müsst die Töne schießen. Benni, wir müssen fahren. Drauf. Ja, ich fahre. Jawoll, Pressball. Na, war echt ein Pressball. Oh, fuck. Nein. Gar nicht gut. Sehr gut, sehr gut. Alter, ich schnapp mir das Ding, aber nix da. Ach, shit. Pump easy. Oh. Was auch echt witzig ist bei dem Spiel, kann ich euch sagen. Der One-on-One-Modus. Also eins gegen eins. Das hab ich auch mal ein bisschen gemacht. Das spielt sich halt ganz anders. Das glaube ich. Abgeblockt. Aber ist auch sehr, sehr lustig. Ach, scheiße. Hab die Rocket zum Fahren. Ja, man muss echt noch mit dieses Nitro. Das ist so wichtig. Ja, das hab ich auch erst nachher noch gelernt. Oh, der geht nicht rein. Der geht nicht rein. Raus. Aber nicht weit. Nein. Nein. Boah, der war aber gut gemacht. Mozart schon wieder. Alter, der Mozart. Aber den hätten wir vorher schon abgelocken müssen. Ja, ja, den hätten wir ja wegkriegen müssen. Den da, den hätte ich noch abgelocken müssen. Ja, ich hab die da weggecheckt ein bisschen, aber es hat nicht viel gebracht mehr. Boah, aber du bist einfach noch gut reingesprungen. Da fliege ich noch vorbei. Kenn ihr das, wenn man da nur noch zu kuckt? Ja, der war zu hoch. Oh Gott, jetzt müssen wir schnell ein Tor schießen. Okay, Benny, zieh doch. Oh ja. Oh. Oh. Ich stand auch ziemlich weit hinten. Oh, okay. Oh, okay. Ja. Egal, ich bin dran gewesen. Ah, fuck. Da geht er in die richtige Hälfte. Sarazal, du kriegst ihn. Ja. Vielleicht für mich in. Ja, warte, warte, warte. Da fliegt er doch. Nein, leider keiner. Schön gemacht. Ich hab eine Vollbremse gemacht, aber ich kam nicht ganz rum. Sonst hätt ich den so seitwärts reinlatzen können. Ja, schön. Kommt, noch eine Minute. Boah, Alter, ich probier grad alles. Ey, der Mozart, der, der Mozart, der ist nicht sauer jetzt. Schön, schön, schön. Fuck. Nein, nein. Das Tor schießt. Achtung, Achtung, Achtung. Boah. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Ja, gerade. War eine Glanz-Tart. Okay, easy. Oh, oh. Uh, auch gut. Boah, jetzt passen die ganz gefährlich bei uns am Tor rum. Ja, vor allem brauchen wir eigentlich die Zeit, um bei denen ein Tor zu schießen. Oh, scheiße. Oh, nice, Benni. Sehr nice. Ja, leider nicht ganz. Oh, das war nicht gut. Fliegt der Sarazer weg. Oh. Oh, da geht uns die Zeit des Blöten. Oh, nein. Oh, nein. Das war ein mega schlechtes Spiel gespielt gerade. Sorry, Leute. Ey, kann ich mich echt gut für ein Studium. Aber in den Jungs haben wir wieder... Ja, ich glaube, wir alle waren da nicht so wirklich zur Stelle. Ich glaube, die kommen aus Schottland. Seht ihr das? Die haben so schottische Flaggen. Ja. Aber das schaffen wir jetzt nicht mehr. Wir schaffen keine... Nee. Die machen die Schotten nicht. Wo? Boah. Na, nee. Oh, Manni. Sehr schön. Ja, da fliegt da rein. Das wäre so geil gewesen, wenn der jetzt noch reingeflogen wäre. Das hätte ja leider nicht mal gekreicht. Revanche, Revanche, Revanche. Traurig, aber wahr. Revanche. Ich will Revanche. Oh, nee. Die gehen alle weg. Aber der James ist noch da. Ah, der ist Profi sogar. Guck mal, die sind Profi teilweise gewesen. Ja, das heißt ja nicht unbedingt was. Das heißt nur, sie haben mehr Spielzeit. Aber es war auch klar. Ich meine, wir haben in den letzten Runden das Maul so weit aufgerissen. Das war klar, dass wir jetzt mal wieder aufs Maul kriegen. Ja, wir wurden wahrscheinlich auch höher gerankt jetzt. Also kriegen auch schwackere Gegner, weil wir so oft gewonnen haben. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob die schon so mit dem Ranked-System da schon so weit sind in der Programmierung. Meinst du nicht? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Ich will Spaß. Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Seid ihr bereit? Ich bin sowas von bereit. Ich bin hinten. Ihr fahrt drauf. Ah, jetzt gehen die alle Gegner weg. Oh, jetzt gibt es neue Gegner. Die Schotten sind abgezogen. Hoffentlich nicht drei Bots. Sehr cool. So kann ich euch mal sehen gerade. Würde das passieren? Drei Bots? Ne, die Spieler suche Leute. Oh. Aufgaben. Was jetzt? Die anderen haben aufgegeben. Ey, geil. Das war der beste Sieg aller Zeiten. Einfach auf drei, dann kriegen wir das nochmal. Ja, Mann. Das sind die Besten. Es gab aber keine Punkte, oder? Ne, ich glaube nicht. Ja, weil es wahrscheinlich nicht mal richtig angelaunt ist. Ich bin weiß. Ich bin auch weiß. Ich glaube, wir können so lange spielen hier, wie... Ah, wie geil. Oh, das ging schnell. Jetzt ist ein anderes Team gefordert worden. Ich wollte es gerade mal ausprobieren. Hat mich schon gefreut. Ich bin hinten. Ihr müsst drauf. Ja, ich bin seitwärts. Ne, du bist vor mir. Okay, dann fahr ich und Sarasa. Ich und Sarasa fahren drauf. Okay. Okay. Drei, zwei, eins. Go! Bam! Oh, Benni. Boah, super, super. Hätten wir da kein Torwart gehabt, wäre es ausgewiesen. Das ist uns ja auch schon öfter passiert. Benni! Der wurde nochmal abgelenkt. Na, Gott sei Dank. Ich habe den abgecheckt. Hab Vitro ein bisschen. Oh, einer ist kaputt. Der Sarasa. Das war ich. Achso. Der weggeflogen ist. Nein! Hab ich, hab ich. Boston! Nein! Warte! Flanke! Nein! Nein! Nein, die waren so gut. Das war ein traumhafter Spiel. So gut war ich das mal. Boah, was die für ein Pech auch hatten. Und dann check ich den. Probe ich wegzuchecken. Krieg ihn nicht. Scheiße. Ich habe einfach nur versucht zu blocken, aber der hat vorbeigeschossen. Ah, ja, der war gut. Der war einfach gut. Machen wir jetzt. Okay, stehe seitwärts. Es ist immer am besten eigentlich, wenn Tore relativ früh passieren. Boah! Sarasa hat ihn jetzt mit Beiner reingeschossen. Ja, der hat die Beiner gekriegt. Guck mal, der kommt gut. Ja, der ist gut. Oh nein. Ich habe bloß kein Nitro mehr gerade. Schön abgeblockt. Kam er gut daher. Kam er gut daher. Muss man ihn verlassen. Ah, vorbei. Scheiße. Hab ich gefreut. Das muss ich mir wirklich abgewöhnen. Lieber noch ein bisschen zurückfahren, wenn man weg ist. Huch. Äh. Huch. Huch, Benni. Nein. Das gibt es nicht. Jawohl. Jawohl. Sehr schön. Der Jokler von hinten kam angeradelt mit seinem kleinen Fahrrad. Gar nicht eigentlich. Der kam von der Seite und hat es gerade noch so geschafft. Nee, aber eben kam er von hinten. Also, ja. Hat er von hinten gedrückt. So, 1-1. Ausgleich. Ich gehe drauf. Ich gehe auch drauf. Ich bleibe hinten. Oh, oh. Das war nicht so geil. Aber der ist bei dem. Der ist bei dem. Ah, ich bin ganz knapp vorbeigeflogen. Ja, er fliegt da rein. Ja. Ich habe gerade gedacht, der geht nicht rein irgendwie. Ja, super. So läuft der Hase. Freue ich mich. Gut gemacht. Der hat ihn noch gekriegt. Der hat ihn noch gekriegt. Was hast du eigentlich für den hässlichen Hut auf? Ich? Ich habe Piraten oder auch? Was willst du eigentlich? Bleib hinten. Geil. Alle sind vorbeigefahren irgendwie. Ich habe ihn so ganz leicht gestriffen. Da fliegt er doch in die richtige Richtung hier. Guck mal. Oh. Oh, nice. Nochmal rein. Komm, den krieg ich da. Nein. Ah, nein. Boah, jetzt hat er mich weggecheckt. Oh, schöner Schuss. Schöner Schuss. Kann man nichts anderes sagen. Der mit dem Arsch gespielt. Nein. Nein, das war ich selbst. Na gut, da muss ich halt noch ein Tor schießen. Ist ja nicht so schön. Geiße, da war ich aber auch nicht. Das sind sowieso noch drei Minuten. Da bin ich gerade so knapp vorbei. Hast du gesehen? Die hätten ihn aber auch reingemacht. Ja, die hätten ihn bei selbst. Ich bleib hinten. Ihr fahrt. Ich fahre. Was? Benni, du fährst auch nicht. Oh, ja. Hat doch trotzdem funktioniert. Da, noch ein abgeblockt. Oh, Leute. Der kommt hoch rein. Weg damit. Oh, oh. Ich habe hier mal weggebracht. Sehr schön, ihr seid beide da. Ja, und jetzt kommt. Die sind irgendwie gerade nicht da. Oh, da kommen sie alle drei. Oh, ho, 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 ho. Benni. Oh, boah. Boah. Knappen. Ja, Mann. Sehr schön. Okay, der ist bei dem. Der ist nicht gut. Kaisen. Ah, shit. Hast du? Schön. Ja, er kommt nochmal. Aber da komme ich nicht dran. Das ist so schwer. Knappe nochmal. Du musst echt weniger... Vorsicht. Oh, der war auch fast dran. Ah, das gibt's doch nicht. Nee, ich bin schon dreimal an dem vorbeigefahren. Schön. Ah, nochmal. Kriegst du den noch? Ah, fuck ja. Ich war doof. Nee, den haben die, oder? Nee, ist alles gut. Alles gut. Nee, der kommt nochmal. Oh, der fliegt. Ja, Sarasa. Doch, 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 doch. Jawoll. Jetzt haben wir alle ein Tor gemacht, oder? Ja. Oh, Mann. War aber auch ein dickes Ding gerade hier. Ah, ja, Alter. Knapp. Mit der Schnauze so reingedeut, ja? Ja. Ich bleibe eine Katze mit so Fühlern. Okay, ich fahr. Oh, nice. Oh, yes. Nein. Ah, schade. Ich hab ihn noch weggemacht. Oh, ihr habt aber einen kaputt gemacht, ja. Ja, genau. Nein. Oh, Achtung, Achtung. Achtung. Nein. Wir alle drei irgendwie zu feiern. Weg, weg, weg. Oh, Mann, 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 ey. Nee, nee, war nicht Eigentor. Aua, aber du wirst ja echt noch versucht, hast du noch versucht, hinzukommen. Fast. Ja, ja, Benni, die Maschine. Ich bleibe hin. Seidwärts drauf. Den haben wir mal in alle Richtigen, bis sie mir gefäfert hat. Nein, wieder so knapp. Verdammt, Axt. Boah. Da kommt er. Ja, ich bin da. Schnell. Ja, seitlich. Ah, fast. Oh, scheiße. Oh, oh, Konter. Ich probiere alles nach hinten zu geben, aber ich hab keinen Speed. Scheiße. Sauber. Super gemacht. Oh, wie schlecht. Ich häng im Tor. Ich häng im Tor. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Na, das knapp. Nein. Guck mal da. Scheiße. Ich hau den doch raus. Oh nein. Ich ja auch. Aber ich hab ihn auch nur seitlich. Ey, 2,40 Sekunden, Leute. Wir müssen jetzt anstrengen. Ja. Oh, mein Gott. Ich geh drauf. Agri. Oh, Gott. Oh, Gott. Ich bin so weit abgeschlagen gerade. Oh. Das ist der Nachteil, wenn man zu... Oh, 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 oh. Okay, das war's. Nein. Wir haben uns so blöd angestellt. Den hätt ich kriegen müssen. Teiße. Okay, jetzt noch nicht aufgeben. 42 Sekunden. Nee, wir können das noch schaffen. 42 Sekunden, 2 Tore locker. Können wir mal blöd, ich da rumstehen. Locker. Wir sind hier beim Autofußball, ja? Nicht beim echt... Alter, wie blöd ich da rumgestanden bin. Das war mein Fehler, dass ihr gefallen ist. Muss ich mir nicht zuschreiben. Bin grad hinten. Ich bleib auch mal hinten kurz. Oder wir gehen jetzt auf volles Risiko, oder? Volles Risiko, oder? Nee, noch nicht, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Erst, erst. Nein. Ach, Mann, da standen wir uns aber jetzt alle im Weg. Vielleicht war's auch... Ja, ja, deshalb meine ich ja, also volles Risiko ist nicht gut. Eigentlich sind zwei Leute vorne total ausreichend. Au, da kommen sie nochmal. Weg, schön. Sehr gut gemacht. Schön. Oh, fuck. Na gut, das schaffen wir nicht mehr. Ab jetzt könnten wir volles Risiko machen. Oh, ich hab den sowieso mit allen Mitteln verdient. Ja, wenigstens noch einen weg im Match. Wenigstens noch einen weg im Match. Ey, ich hab mich gerade gekämpft, ey. Schade, wir haben so gut am Anfang angefangen. Ja, aber wir haben nicht zwei Spiele jetzt hintereinander verkackt. Muss man mal sagen. Naja, wir wollen ja noch mehr das Wort machen. Muss man mal sagen, das war keine gute Folge. Der Wansch, der Wansch. Ja, machen wir den nächsten, oder? Haben wir nicht zwei Spiele jetzt schon gemacht? Haben wir schon. Ja, doch, ich glaube auch. Der stimmt, richtig? Ja, machen wir. Aber vielleicht mal, die gehen eh. Na gut. Aber bald bin ich Semiprofi. Dann können die sich warm anziehen. Bald, wenn ich Semiprofi bin, Freunde. Naja. Jetzt haben wir aber wieder eine auf die Nase gekriegt. Nachdem wir in der letzten Folge so große Töne schon gespuckt haben. Und gesagt, ja, wir sind voll gut. Und alles ist so easy. Und es macht ja fast keinen Spaß mehr. Da gab es jetzt mal wieder eine Niederlage. Ja, das war gut. Das heißt, wir müssen weiter üben. Wir müssen noch was tun. Ja, das ist wieder eine Herausforderung. Ja, und das machen wir in der nächsten Folge. Bis dahin. Ciao. Macht's gut. Ciao.